Und ja Leute, am Freitag, das ist jetzt eine kleine Ankündigung, am Freitag den... Diesen Freitag halt einfach, ich weiß jetzt das Datum nicht unbedingt auswendig, aber da startet ein schönes neues Projekt auf meinem Kanal und auf Killers Kanal. Ich sag nur Hashtag Killerdoggy. Hey ihr Höhemensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Beetvotes mit dabei der Killercraft.de. Hallo. Bist du der Reim? Nein, ich bin ja nicht mehr der Killercraft, ich bin jetzt der DM-Killer11, ja ich hab mich umbenannt. Hä? Oha, du killst einfach so die DMs in Deutschland oder was? Auf jeden Fall, ja, das ist mein Hobby. Gibt's eigentlich in der Schweiz auch DM? Nein, ich glaube nicht, keine Ahnung. Hä, du weißt nicht, ob's bei dir ein DM gibt? Nein. Hä, komisch. Okay, ich baue mich mal in die Mitte, das sollte sich ausgehen. Dann strecken wir uns sofort bei Gold. Und ja Leute, am Freitag, das ist jetzt eine kleine Ankündigung, am Freitag den... Diesen Freitag halt einfach, ich weiß jetzt das Datum nicht unbedingt auswendig, aber da startet ein schönes neues Projekt auf meinem Kanal. Und auf Killers-Kanal, ich sag nur Hashtag Killerdoggy. Und das wird's ja... Und das war's, warum startet du noch gar nicht doll? Du Hurenzorn! So, ein Shit, erst mal down. Ja, lass, lass sofort zu denen gehen, würde ich sagen. Ja, du hast doch Gold dabei, oder nicht? Ja, willst du nicht das Gold zu helfen? Nee. Man, da geh ich zu denen, ich hab nämlich richtig viele Blöcke. Ich kann mich jetzt aber hochstacken Renown. Tschüss. Ich steck mich auch hoch, Reno. Hochstacken Renown? Und es ist eigentlich richtig riskant, weil unsere Base ist jetzt einfach leer, ne? Könnte jetzt einfach irgendjemand hingehen und sich so denken, so, ich hol mir jetzt das Bett. Und dann wird unser Bett weg. Ja, da geht ja schon jemand zu uns. Hä? Hey, Killerdoggy, what the fuck? Woher wissen die das denn? Ja, wir waren doch im Silentland. Nee, wegen der Community bestimmt. Oh, Alter, ich hätte den fast runtergehauen, den. Oh, oh, oh. Ja, der ist raus. Aua. Achtung, vorsichtig. Ich habe kein Herz. Wir schaffen das. Zusammen schaffen wir das. Der ist doch sowas von gleich tot. Der hat noch ein paar Herzen. Okay, unser Bett ist weg. Aber ganz ehrlich, dann ist es umso spannender. Das war genau von dem Typen, der das gerade geschrieben hat. Hi, Boom, Säuge und Killer. Wow. Ich verstehe sowas nicht. Wie hast du Target? Ohne Witz, ich verstehe das nicht. Nein, ich will und kann das nicht verstehen, ja? Also, ich verstehe es nicht. Okay. Nein. So, okay, erstmal Ausrüstung. Ja, gut, aber ganz ehrlich, jetzt ist unser Bett weg. Jetzt spielen wir ein bisschen Risky und dann ist alles in Ordnung. Wo spawnt denn hier eigentlich das Eisen? Hier, ne? Ja, cool. Okay, das blaue Bett ist auch weg. Ey, gibt es jetzt noch überhaupt ein Bett? Es gibt noch das grüne Bett und der Typ ist sehr alleine. Ja. Oh, heiße, das wird dann nicht spannend. Hat's auch irgendwo selber. Ich brauch vielleicht mal eine Heepotion, sonst rippe ich dann bald noch. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön. Das wäre jetzt nicht so cool, irgendwie ever so zu sterben. Ich habe nämlich einen Bow und der blaue Typ, der wird jetzt erstmal hier schön gerackt werden von meinen Bogen. Skills. Achtung. Rap. Okay. Ich habe einfach one-hit, Alter. Hast richtig gut zu Bow gespammt. Du scheiß Noob. Kannst nur Bow spam. Nur Bow spam hier. Ja, keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum man das immer sagt, weil ich denke mir so, zum Beispiel, das war in der letzten Runde, glaube ich, die ich aufgenommen habe. Oder die habe ich gar nicht hochgeladen. Weil, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich hole den zweiten blauen. Hast dann einfach gesagt wohl so, yo, du Bow spammer und so, obwohl ich mir denke, als ob ich dem Typen auch einfach so mein Bett überlassen würde. Achtung, komm schnell zu grün, weil den grün, den hole ich gar in den Schacht. Ich bin weiter. Ich habe aber keinen Nobic-Stick leider. Hal. Warte, ich spawntrap ihn jetzt einfach mal so ein bisschen. Ja, okay, dann baue ich mich in der Zeit hoch und baue sein Bett ab. Ja, ich habe ihn rausgepingt. Ja, du kleine Ping-Hure. So. Nice. War das ja? Eine schöne Runde. Hashtag Killer Doggy. Ja, genau. Yay, yay. Lol, die Namen sind wieder nice. Die waren ja eine Zeit lang nicht mehr im YouTuber-Rang-Namen of Doom. Also, weißt du, von der Farbe her. Ja, finde ich cool, dass wir das wieder geändert haben. Hoi, dann guck mal die Bucke. Alter, das Rücken. So. Alter, das Rücken. Das Rücken. Gut, die Aufnahme ging sechs Minuten. Wollen wir noch eine zweite Runde hinten dranhängen? Ja, können wir gerne machen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Gleich wieder. Tschüssi. Oh, da sind wir auch schon wieder. Ich baue mich wieder in die Mitte, würde ich sagen. Ich bin gerade den Chat-Sag-Guy, weißt du? Wie müsst ihr euch vorstellen? Er schreibt vorhin so, ja, oh mein Gott, Vorrocks, weil das ist mein Nickname. Und dann schreibe ich so, oh mein Gott, bake me bread, weil das sein Nickname ist. Ich glaube, der war der Rote. Oh mein Gott, deine Mutter. Richtig behindert einfach. Man hat richtig aggressiv und gut auf jeden Fall. Ja, immer wieder richtig klassisch. Hoffentlich verlieren wir diesmal nicht unser Bett, ja. Ja, aber ich meine, und wenn, dann wrecken wir trotzdem alle weg, höh. So. Ja, letzte Runde bin ich nicht einmal gestorben. Ich glaube, du auch nicht, oder? Nein, ich auch nicht. Weil ich... Du bist ein volles Skiller, ey. Wir haben alles geskillt. Eigentlich sollten wir uns Skiller-Dogginen. Aha, und war eigentlich Killer-Skiller? Okay, das klingt eben. Ich bin der Killer-Skiller. Ich kille alle Skiller. Okay, ich komme jetzt, ich komme zurück, ich komme zurück. Okay, ich habe... Geh zurück in die Base, ich hole gerade das blaue Bett. Das blaue Bett ist meins. F ist meins. Da kann man nix machen. So, verpiss dich, du blauer Dude. So, der ist rausgeleid. Da kommt noch ein Grüner. Hä, warum ist ein Grüner in der blauen Base? Hätte ich jetzt fast getroffen. So, ist unser Bett eigentlich eingebaut? Ja, eingebaut nicht. Aber das grüne Bett ist jetzt auch weg. Das heißt, das ist eh nur noch das rote Bett. Warum sind die Runden eigentlich immer so kurz? So kurz? Ja, keine Ahnung. Ja, ja, also... Vielleicht sind es ja Chinesen... Spach. Lord. Lord. What a joke. Wow, richtig krasser Joke, oder? So, Moment. Erst mal hier ein bisschen was zu messen kaufen. So, warte. Ich habe bald 8 Gold. Ich habe... Nee, ich habe nur 6, Lord. Ich habe einfach keine Waffe. Aber egal, ich gehe jetzt einfach ohne Waffe los. Mir ist scheißegal hier. Ja, ich glaube, es hat sich eh noch kein einziges Team zum Knockback Stick gebaut. Genau. Ich meine, zum Silber gebaut. Man braucht sich aber so zum Knockback Stick, weißt du? Komm, lass zu Rot. Ja, ja, gleich. Ich will mir noch kurz einen Burgen auch holen und so, weißt du? Ich treffe hier gerade niemanden. Nice, auf jeden Fall. Thomas, du bist der beste Spieler, den es gibt. Okay. Du holst dir die schon, wie ich das sehe. Ja, bauen sich die hoch oder nicht? Ich sehe es nicht. Wait. Nee, aber... Okay, der sollte... Oh, oh, ich muss zurück. Ich muss zurück. Nein, der kommt jetzt wahrscheinlich hier mit seinem Knockback Stick angerannt. Ja, ich gehe mal kurz den Blauen töten, weil ich habe das Gefühl, da wird es sonst noch ein Problem, ey. Okay, jetzt raus. Gut, das war jetzt nicht so hoch. Ich bin ja. So, jetzt komme ich auch zu Rot. Ich muss nur noch kurz den auslöschen. So, jetzt ist wirklich nur noch Rot. Mehr ist da nicht mehr. Mehr ist da einfach nicht mehr. Komm schon. Wah. Sorry. Die bauen ja immer wieder die Blätter. Okay, der eine Rote fliegt, der andere Rote, der fliegt auch. Yes, we can. Okay. Aber aufpassen jetzt. Ja, ich habe ein Spezialgeld. Ja. Okay, ich nicht. Warte, ich halte die ein bisschen so in Schacht hier. Okay, ich gehe das Bett abbauen. Ich habe, ja. Beides liegen runter. Nice. Alter, wie du die anderen Teams einfach im Alleingang geraggt hast. Und ich scheite hier fast bei Rot. GG. Bei Grün habe ich auch nichts gemacht. Ja gut, bei Grün aber. Ja stimmt, dann hast du Blau gemacht. Okay. Hashtag Killer. Hä? Zuerst schreibt das so schlecht und dann schreibt der GG. Hä? Hä? Hat wahrscheinlich gesehen, dass wir YouTuber sind. Oh mein Gott. Hö. Ja. Nur weil wir jetzt einen liedernden Namen haben, deswegen sehen wir jetzt besser. Ja. Ja, aber das ist immer so. Das ist genau gleich wie immer irgendwie so Hacks. Oder ja, das war schlecht oder du Noob. Und dann so, okay. Ja. Und dann so, oh mein Gott, tu mir leid. Immer. Dann denke ich mir immer nur so, ja okay. Räge ich mir auch. Was, wenn ich jetzt kein YouTuber wäre? Würde es ihm nicht leid tun. Ja. Immer diese Leute. Immer diese Leute. Immer diese Leute, die einen besser behandeln wegen einem Pink-Namen. Okay. Wegen einem Pink, okay. Okay. Ja gut, Leute. Ich bin Pink-Player auf und du, hm. Kann man jetzt mal aufnahmen. Du bist in der Silent Lobby, okay. Dann treffen wir uns halt nicht. Ich bin leider zu arrogant. Ähm. Ja, danke schön, dass du heute mit dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Beziehungsweise, dass du bei mir auch mit dabei warst. Hö, hö, ja. Ja, wir haben auf jeden Fall alles sehr, sehr schön zerberstet. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch bei Killers Folge vorbei und seht das aus seiner Sicht. Oder ihr macht einfach beide Fenster offen. Ihr macht einfach beide Fenster auf. Ihr macht einfach beide Fenster offen, okay. Ihr macht einfach beide Fenster auf und schaut es nebeneinander, wie ihr Lust habt. Und ich würde sagen, Leute, hart rein. Macht's gut und... Killers. Sagt Tschüss.